uns fehlt hauptsächlich stein momentan deine bevölkerung wünscht sich einen zirkus oh gott ein zirkus also die mission wird nicht so leicht wie anfangs wo wir einfach nur ein bisschen zufrieden stellen sollen und so und so viele ausbildung abgeschlossen die wird doch schon ein bisschen happiger warum geht ihr da nicht weiter arbeiten das sind noch ganz viele bäume jungs sollte eigentlich nicht das problem sein kannst du auch mal mithilfen als jäger naja wie geht es sonst voran geld haben wir mal in dieser mission echt sehr sehr viel nur bringt uns bisher noch nicht viel in einer stadt herrscht hungersnot deine bevölkerung wünscht sich ein wirtshaus ja das übliche stein fehlt und der arbeit nicht mehr wieder drauf sitzen irgendwie scheint sich ein bisschen ein gebäude ist fertig weil die sich hier so eine städte verfallen aufgrund der niedrigen motivation wir haben die auf zehn prozent eine bevölkerung wünscht sich einen tempel in einer stadt wird die nahrung knapp die nation ist not comfort able na gut wir haben dafür schon mal 48 ein gebäude wird errichtet bauen dort auch noch mal was hin forschung abgeschlossen so tempel library wann kriegen wir ein gebäude ist fertig ich muss unbedingt mal merken über welche forschung zwei gebäude hat seinen betrieb aufgenommen natürlich so und jetzt setzt mir bitte das direkt in nahrung um damit ich auf jeden fall hier genug essen habe wobei die zwei wenn ich 50 leute versorgen können das ist absolut möglich ein gebäude ist fertig mit fleisch nebendran das ist einfach viel zu viel die jäger haben wieder ein bisschen an beute hier wächst es gerade nach das heißt wir haben ja auch bald wieder tiere die waren nämlich möglichst nach solchen dingen hin oder wenn wir hier so farben haben kommen die auch eher deine bevölkerung wünscht sich einen zeitungsstand ja die von wünschen sich so viel war mal zeitungsstand können wir schon machen haben wir gerade gelernt wo können wir den hin quetschen wie was wir ziehen da hinten den mal ein bisschen so ab gebäude wird errichtet passt genau in die ecke oje na gut wir haben bald vielleicht genug in einer stadt herrscht hungers natürlich die wollen natürlich auch schokotörtchen noch haben eine bevölkerung wünscht sich ein wirtshaus das ist echt hardcore gerade ein zirkus das darf habe ich gar keinen platz mehr hier deine städte verfallen aufgrund der niedrigen motivation das was mich gerade müssen zum schwanken bringt ein gebäude ist fertig dass wir in einer stadt wird die nahrung knapp post erlernt können hier gerade tiere fressen deine plantagen auf die tiere kommt zu meinen plantagen forschung abgeschlossen furchtung abgeschlossen da hat strelling marketplace können wir denn schon eine botschaft errichten botschaft könnten wir schon errichten ja und das ging hier oben irgendwo da ist das grün aufgeleuchtet heute wird errichtet da haben wir es auch mal jetzt hinten machen wir den diplomaten noch so ja ja meine nation ist voll für den arsch ja ist klar ausbildung abgeschlossen das wollen wir noch sehen 50 leute haben mittlerweile ich möchte mal fünf jäger machen sicher ist sicher alter die map ist sehr klein das heißt irgendwo hier sind beide anderen nationen ein gebäude ist fertig da kommen besetzt das ding ein gebäude hat seinen betrieb aufgenommen deine lager sind voll ja die anderen sind nicht momentan noch nicht mit der botschaft versorgt dementsprechend aber kein ausbildung abgeschlossen tempel können in einer stadt herrscht hungersnot barracks können wir jetzt machen machen wir jetzt auch als nächstes also nach market marketplace ausbildung abgeschlossen ist etwas was wir jetzt wissen deine bevölkerung wünscht sich ein wirtshaus naja weil wir auch keins haben ne legt mich doch am arsch deine städte verfallen aufgrund der niedrigen motivation in einer stadt wird die nahrung knapp das jetzt schon die ganze zeit ich kann mal gucken kriegen wir irgendwo hier noch eine farm hin die hoffnung stirbt zuletzt wie man es kennt aber ne wir müssen gucken dass wir hier unten irgendwo zum beispiel hier den platz frei lassen und dann hier erweitern weil wir haben gar keinen platz mehr wir haben jetzt gleich auf jeden fall dann ein outpost mit erweitern sie es weil das wird sonst nichts mehr hier die stadt ist viel 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 zu klein muss man ganz ehrlich sagen ich weiß nicht die wird nicht als aggressiv wird nicht aggressiv behandelt sind die friedlich mit uns würde mich wundern eigentlich ist das nie so der rennt hier rum verteilt die zeitung finde ich auch in der lager so voll wow die barracks können wir auch nichts mehr hinsetzen oder war jetzt jetzt kurz grün das ist alles in einer stadt herrscht hungersnot ach da oben die fläche ist auch bebaubar noch einiges gebäude wird errichtet aber sowas nicht okay also da oben können wir schon noch was bauen gebäude wird errichtet aber ja nur begrenzt da war was gelbes auf der mipps habe ich ganz ganz genau sehen und zwar hier verdammt ja so langsam kommen wir in richtung saiki dörfer und anderes da ist es wieder in einer stadt wird die nahrung klappt von denen ist hier unterwegs okay das code ist halb so wild das bedeutet aber dass sie auch aktiv spielen jetzt wirklich forschung abgeschlossen metallurgy wir haben jetzt ein outpost den würde ich jetzt hier irgendwie stellen können am besten hier unten der punkt ist nur da habe gar keinen platz ein gebäude ist fertig ich gucke gerade da haben wir platz gebäude wird errichtet da oben das lager eben zu ende und dann schauen wir mal der stein mit nichts mehr zu tun angeblich das wollen wir noch sehen wir erwarten es auch jetzt hier nach unten ein gebäude ist fertig also eine städte verfallen aufgrund der niedrigen motivation holz haben wir viel ja gut ich mag noch zwei holzfäller machen und hier war jetzt bogenschutz hochziehen sicher ist sicher ich will auf jeden fall eine armee haben diesmal und nicht wieder irgendein scheißdreck in einer stadt herrscht hungersnot jaja dass auf einmal die saiki vor unseren toren stehen und wir happy birthday schreien es läuft da wieder rotes rum ausbildung abgeschlossen ein gebäude ist fertig perfekt gebäude wird errichtet weiter wir erweitern halt unser land jetzt soweit es geht machen kein neues land auf sondern erweitern es immer weiter das ist jetzt quasi das was auch die siedler damals hatte mit den tauern war nie abgeschlossen da waren es auch nicht da waren ja dort das hauptgebäude stimmt ausbildung abgeschlossen stimmt da hatte man ja fahrtfinder die bei die siedler dreidann später die wege immer weiter gemacht haben und ja was haben wir sonst noch die da oben produzieren schön mal schön nachfüllen wir haben genug leute die in die armee treten können ausbildung abgeschlossen ein gebäude ist fertig okay gebäude ist fertig und wir erwarten weiter nach gebäude wird errichtet danach möchte ich mal gucken gebäude wird errichtet da oben eine miene aufbauen und er hier kann auf bank setzen ausbildung abgeschlossen so jetzt wird es langsam spannender ich möchte auf jeden fall mal kurz speichern auch noch gerade eben umgeschaltet new village eins save back to game und umsetzen wieder perfekt ja das wird in einer stadt herrscht hungersnot also ich würde jetzt nicht vermuten dass wir schon verkackt hätten die amazonen haben eine botschaft errichtet aha ein gebäude ist fertig das freut mich dass die eine botschaft errichtet haben wir sind im krieg wir fangen erstmal harmlos an waffenstillstand wo läuft unser botschafter lang sieht mal einer an wie nah das lauf schon liegt dein angebotener waffenstillstand wurde von den amazonen angenommen perfekt jetzt möchte ich hier unten gebäude wird errichtet gebäude wird errichtet gebäude wird errichtet wie man sieht einiges machen gebäude wird errichtet und dazu dann auch richtig fett hier aufbauen in einer stadt wird die nahrung knapp nein wird sie nicht mehr bald der punkt ist ich finde schade verfallen aufgrund der niedrigen motivation dass wir quasi nur die leute zufrieden stellen müssen einmal das war es ja eigentlich schon dann können wir jetzt noch auf frieden setzen das heißt die saiki wohnen hier ungefähr warte hier so ein bisschen schräg runter würde ich vermuten forschung abgeschlossen so large dwelling swordfighter animal farm ja ausbildung abgeschlossen schwertkämpfer könnten wir auch mal machen wir haben richtige einheiten aber ich will jetzt auch kein dings verarbeiten ein friedensangebot wurde von den amazonen angenommen ausbildung abgeschlossen das wollte ich gar nicht haben das heißt wir haben eine nation nicht gegen uns damit können wir keinen doppelangriff gegen uns haben das ist schon mal perfekt tiere fressen deine plantagen auf wo das denn wir haben genug jäger du hast mit den amazonen frieden geschlossen und die haben auch noch mal eingeschickt die haben anscheinend die militärmacht gesehen das kann nämlich wirklich was bringen weil ich denke damals haben auch schon verglichen wenn der computer so und so viele registriert oder so dass er sagt ja gut der gegner hat vielmehr militärmacht jetzt schicke ich lieber mal ein friedensvertrag ehe der mir richtig die hölle heiß macht und dann ja deine bevölkerung wünscht sich ein wirtshaus kann sich auch ein wirtshaus eine bevölkerung verlangt mehr pilz schnaps natürlich 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 erstmal will ich den das nahrungsproblem mit dem pilzen auf eine stadt herrscht auf den leib gehen auf den leib vor allem ausbildung abgeschlossen in einer stadt wird die nahrung knapp ja die träger werden weniger deine städte verfallen aufgrund der niedrigen motivation deine bevölkerung verlangt mehr schokotörtchen ja ja schokotörtchen vor allem crime 0 prozent condition of house 91 prozent well protected production und konsum ist naja ein gebäude ist fertig wir haben halt viel zu wenig essen in der letzten zeit ausbildung abgeschlossen wir brauchen jetzt auf jeden fall hier eine bank und noch ein tempel gebäude wird errichtet kann man den arsch dafür produzieren und einen bauarbeiter möchte ich noch haben dann schauen wir mal ausbildung abgeschlossen ein gebäude ist fertig des weiteren möchte ich das mindestens ausbildung abgeschlossen okay das wäre es jetzt haben wir 8 das nur noch 6 mit 6 kann ich mich zufrieden schützen weil ich will da keine bauern mehr reinschießen ausbildung geschlossen das ist echt ein ausbildung bisher sehr viel gewesen forschung abgeschlossen so ein gebäude ist fertig die bauern hier alles schön auf ein gebäude hat seinen betrieb aufgenommen perfekt ausbildung abgeschlossen